Am Sonntag habt ihr das in der Hand. Stichwahl in Rostock. Ich stehe für frischen Wind ins Rostocker Rathaus. Parteilos, unabhängig und mit neuen Ideen für Rostock. In den letzten Monaten habe ich wunderbare Gespräche mit Rostockerinnen und Rostocker geführt. Ich habe dabei zugehört und auch viel gelernt. Ich möchte mit ihnen gemeinsam Rostock gestalten. Menschenfreundlich und dabei innovativ für alle Generationen in allen Stadtteilen. Also Sonntag ab ins Wahllokal, gemeinsam Rostock bewegen.